Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute haben wir wieder eine Runde Ultra Hardcore gespielt und Ola hat nebenbei gestreapt. Das heißt, ich werde das so ein bisschen zusammenschneiden. Ich weiß noch nicht, wie ich es machen werde. Ich habe noch nicht geschnitten. Ja, ich denke mal, es wird ganz cool. Das war eine sehr geile Runde, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich muss auch, als ich dann Oles Perspektive nochmal gesehen habe, ich habe mir das Komplettmatch dann nochmal aus Oles Perspektive angeguckt, ich muss schon sagen, das war schon sehr witzig. Also ich war halt in einem Team mit Blumen und Hunter und Ole war im Team mit Benni und Sauron, glaube ich, fand es. Ich weiß nicht, das stimmt. Ja, irgendwie so, ne? Ja, das war ganz witzig. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß und höre auf zu quatschen. Tschüss, lasst einen Like da. Ich kenne das schon, man denkt einfach nicht dran. Ja. Aber echt, Ole rassiert echt, wenn er dran ist, ne? Ja, Ole ist echt gut in dem Spiel. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Ne, jetzt ernsthaft. Ole ist wirklich gut. Ich weiß nicht, ich war auch mal gut. Wah. Wah. Das war, ich weiß nicht. Das ist bei ihm gekommen. Das sah wie Cockpit aus. Ah, ne, 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 dann war das in der Mitte, in der Mitte. Ja, da. Alla, boy. 5 Sekunden. Da. Da. Das ist der letzte. Mira will. Wer hält das? Wer hält das? Ja. Wer hält das? Da ist er erst in meine Falle gelaufen. Die kommen hinten von der Küche. Wo ist die Küche, Alter? Vorne von der Dingens? Da ist jemand gepinkt. Seht ihr den? Ja, ne? Ja. Ist jemand Leben verloren von euch? Kann jemanden heilen? Ne. Nein. Prost noch nicht. Einer von denen ist also runter auf 45, damit ihr Bescheid wisst. Ja. Oh, das ist Ole. Good Lock. Gibt es mir einen Spritzer? Ja, wo bist du? Ja, in der Ecke. Hast du? Dann mache ich so einen Sneak-Beat. Ich habe keine Ahnung, wie viel HP ich jetzt habe. Oh, fuck. Ich wurde gepiekt. Ich habe keine Ahnung, da ist ein kleiner Masken. Ich habe keine Ahnung, da sind die Ahnung. Ich habe keine Ahnung, da sind die Ahnung, da sind die Ahnung. 15 sekunden nach rechts nehmt man noch geht durch die tür 10 sekunden läuft vor er kommt rein jetzt sehr schön ich habe dich gerade erschossen farina alles gut ist gut keine ahnung wer dort war auf jeden fall hat sauron minus 10 punkte ich weiß ja nicht was hier der beste charakter ist zum angreifen im drei gegen drei angreifen schild typen immer ein schild haben damit man scouten kann alles dann nehme ich mutan hier wieder damit damit man jemanden hat der vorgehen kann ich weiß nicht wie viel du schon gespielt hast ob du schon die bahn und sowas hast ich bin level 146 und habe alle season-pässe ok dann wirst du hibana haben also ich würde hibana immer dem zirmaid vorziehen tatsächlich ja aber ich komme mit hibana ihre waffe nicht klar unten im gepäckraum ich komme mit mit hibana waffe nicht klar brauche ich gleich ein schild der mit mir oben reingeht die caveira suchen ok wirst du ganz vorne reingehen ich bin ein mausi 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 wo ich bin da da kann keiner durchspielen es bleiben 10 sekunden nur noch 5 sekunden standort ist biogefahrgut behälter weiterhin absichern schweiz ist zu weit geflogen ach komm alter ja chief chanone über uns da frei warte ich habe schalldämpfer warte ich habe schalldämpfer mach die kamera weg ok hier kann ich es nicht platzieren ich höre jetzt auch frei ich habe da gerade schüsse gehört von kevin ja einer von er soll mir mal durchgehen hier ok wir gehen mal durch ja oben sieht frei aus aber not sure wir haben nur noch 1,50 wir sollten mal runter gehen langsam ja let's go sagt caveira nicht vergessen ja wir gehen einfach direkt rein no fucks geben hoffentlich haben wir keinen nitro wir haben hier ein guckloch drin da aufpassen hier ist eine matte hier ist einer direkt wo ich kaputt gemacht habe gerade hier ist eine habe ich tot einer ist in der mitte einer ist in der mitte einer ist in der mitte bedrohung neu einer vom eigenen Ich hätte Termite sogar holen können. Sorry, mein Junge. Jetzt haben sie ausgehorchert Piraten. Jetzt habe ich die Schnauze voll. Jetzt gibt es mit Maschinengewehr. Die Armor. Ich bin der Digge. Das ist so geil, ne? Das macht so viel Spass. Können wir euch da mal gerne. Es ist anstrengend. Ja, du kannst hier direkt von der Flügelfläche drauf schießen. Also hier würde ich nicht im Raum bleiben. Hier von der Seite. Hier hinten alles mal dicht machen. Von hier hinten kannst du bunkern. Ich habe eine kugelsichere Kamera. Wo soll ich die denn setzen? Komm mal mit. Da hin. Okay. Kannst du hier den ganzen Gang durchgucken. Ja, ich hätte sie auch wahrscheinlich da in die Richtung gesetzt. Hast du noch Wände, Fabi? Ja. Ja. Ich mache hier quasi du. Dann hier. Und die da. Blockiert euch nicht, ne? Ja, jetzt. Kannst du in jedem Raum wunderschön bunkern. Rüstung packe ich euch mal hier hin, ne? Boah. Kannst du das, dass du das jetzt gedrückt halten musst? Kannst du umstellen. Ne, aber nicht bei Realismus. Ja. Jemand oben im Kaufbeck? Nö. Wer ist denn dein Kaufbeck noch? Ich. Ich. Alter. War ich dich erwischt? Ich. Erstreng mich nicht. Junge. Du wirst sowohl hier Banner oder nicht verwechseln. Hey, nicht aufhängig. Ich will da durchschossen. Hat überhaupt die Mitte der... Oh. 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 Ich bin hier voll am fighten. Da kommt so einer von hin. Es lebt nur noch einer. Aber... Aber... Können wir nicht sagen, dass wir nicht auch... Die Gegner sichern den Bio-Gefahrgut-Behälter. Ja. Kann er noch geradeaus durch? Hält ich noch mal. Hält ich noch mal. Zehn Sekunden. Flick nach. Nice. Dankeschön. Jawoll! Das war der Schockmoment des Todes für ihn. Ja. Ja. Jetzt müsste der Satz von Ole kommen. Nachschmeckt? Habe ich die Westen angezogen? Jungs, entscheidet vor mir gehen. Ich enthalte mich. Okay. Ich auch. Komm, was soll's, ne? Null. Das ist klar. Jetzt reicht. Das reicht. Junge, du musst dir mal vorstellen. Du siehst nichts und dann flasht dich auf einmal jemand. Du schießt alles ab, was du nicht... Das ist so geil. ... als Freund identifizierst in Millisekunden danach. Ich habe auch noch Flashes dabei. Also, das finde ich super. Die sind vorne in dem Raum. Ganz vorne. Okay, okay. Achtung, Grunde kommt rein. Bad safe, Mann. Wir haben Raum mit ab. Genau. Ich bin gerade dabei. Na, hier. Haben wir hier jemanden mit einer normalen Hälfte? Du musst da gleich mal unter dem Türrahmen durchgucken. Da hast du einer, hier? Machen wir mal Tür, warte, warte, Fabi gehen wir zur Seite, mach mal auf. Zu der Seite. Unten, hier unten, hier unten. Hier rein. Ah, hättest du wohl gerne. Ich schmeiß mein Smoke und der wird nicht vergiftet, will der mich verarschen? Der ist hinten in der Ecke, ganz stumpf, guck mal ob er die Wand hinten offen kriegt. Ne, die ist versteckt. Die andere, die andere, von der anderen Seite. Kommt rein. Der nächste kommt rein. Das gibt's nicht, ich schaffte immer nicht den Drecks, Fabi. Der Pisser. Guck, den schaff ich easy. Die nehmen aber nur Schildfotzen mit, ne? Scheiß Montagne, ey. Wer mag den schon? Keiner. Ja, eben. Außer nur, wenn der im Team ist, ne? Wer mag der denn? Naja, schau mal an, alle Fans, wir sind so lubig hier, unser Team macht alles alleine. Naja, ich bin übelst lubig. Da war ich vorgestern viel besser, Alter. Ja. Die hatten nie was zum Aufmachen, ne? Glaub ich dem dann mal, Castle? Doch, hatten sie. Hibana. Ah ja, Hibana. Ja gut, aber wir müssen uns dann nicht im Hibana-Ding verschwenden, ne? Neut? Weil die hatten keinen Dätscher, oder? Die hatten keinen Dätscher, nein. Dabei. Aber die hatten ganz offen Nades dabei. Ja. Wir sollten diese Wand hier auf jeden Fall zumachen, komplett. Ja, aber da kriegst du nur die zwei und dann ist Endo. Dann die Wand jetzt noch komplett. Wieso, wir haben noch vier Stück jetzt. Wenn wir's herkriegen. Vier Stück haben wir. Sie haben gewünscht. Haben wir hier hinten noch was? Mitte. Ne. Habt ihr noch was? Ne, aber da kann ich die Kamera reinsetzen und sehen wir, wenn das kaputt gemacht wird. So, Kamerasitz. Die Drohne der Gegner hat den Bio-Gefahrgut-Behälter lokalisiert. Hinterhalt der Linken wird ziviler Sicherheitsabstand halten. Zugrassperre scharf gemacht. Abstand halten. Rein scharf gemacht. Warte. Warte, da drückst du ohne kommt hier nachher. Die Falle ist links. Ja, warte. Ich fitschte die Wänge weg. Weg, 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 weg. Ah, Dog hat, Dog hat meine Flinke. Die Falle ist weg. Direkt an der Tür ist Dog. Ja. Der guckt aber nicht mehr. Ganz da noch einer? Ich guck kurz. Ja, hier ist nichts. Hier ist niemand. Die Bahner? Scheiße. Oh, voll unten. Oh, wow. Hier um die Ecke, der schmeißt C4. Wow, der Letzte ist bei mir. Mute ist bei mir. An der Brille gewesen. Ja, ich hab einfach die Tür geblockt. Ich hab Gott sei Dank kam von der Seite gegen den Kratzer. Verrägt die Arflöcher. Olli, du hast doch Kastel, oder? Das war nice von euch abgeschaut. Wir haben nicht abgeschaut, weil die hatten keine Hibata dabei. Olli, du hast doch Kastel dabei, ne? Wollte ich gerade auch nehmen. Anders kommen in dem Moment. Olli, jetzt gehst du ab aufs Maul. Oder? Mal, mal, ne? Ich ring aufs Maul. Safe. Wir müssen dann eigentlich theoretisch einfach nur rein spazieren. Bahner. Hast du Flash oder Smoke dabei? Ich hab Flash dabei. Ich hab Flash dabei. Ja, ich hab Flash. Du kannst, glaube ich, da keine Smokes nehmen. Ich kann Smoke. Äh, Frachtraum. 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 Ja. Gut gemacht. Du meinst, Gepäckraum, und? Ja, ja. Frachtraum, Gepäckraum und alles dasselbe. Warte, Wixler, die haben das jetzt schon wie auf die Lauf? Die haben Mute. Die haben Mute. Und Castle. Mehr kann ich noch nicht sehen. Castle ist verdammt gut für mich. Ich hab ne Kamera reingeschmuggelt. Oh, bitte lass das doch da. Castle, es kommt Lerken. Castle hat grad die Wand kaputt gemacht. Der wird gleich kommen. Aber wir stehen nirgendwo, wo wirklich gefährlich ist. Der könnte da peken, ne? Also. Okay, komm, lass rein gehen. Auf geht's. Die waren alle drei unten. Du lässt dein Schild immer offen, okay? Okay. Immer. Kommt ihr runter? Seid ihr die Treppe runter? Wir stehen vor der Castle Wand, ja? Gut. Dann lass mich gleich mal ein bisschen Luki-Luki machen. Ja. Ne, 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 ne. Babi? Oh, das haben sie gefixt? Ernsthaft? Ja, das kannst du nicht. Ja, das kannst du nicht. Ja, das kann ich ja kaputt schießen. Ich dachte so Löcher reinschießen, ein nice Luki-Luki machen. Mach kaputt. Geht auf. Ja, geht auf. Ihr habt das da vorne, ich ja hinten. Kannst du es vielleicht hier kaputt machen? Doch, ähm, muss ich nachfragen, ob ihr mitspringen könnt. Warte, ich mach auf. Ich hätte noch jemanden, der auf das Spiel will. Hier ist ein Loch drin, scheiße. Da steht da noch mit einem Schild. Die müssen da durch die eine Wand. Die machen bei mir auf. Hier. Glass. Ich hab's erwischt. Lebt da an der Rau noch? Die müssen da durch. Was anderes bleibt, der mit Hilfe ist. Okay, ich hab' die Schild. Oh, das ist ja nicht so. Das ist ja nicht so. Ja, das ist ja nicht so. Ja, das ist ja nicht so. Das ist ja nicht so. Meine Munition ist leer. Der mitger Versuch nicht mehr, den Behälter zu weg. Monte ist drin. Monte ist low. Ich hab' keine Muni mehr. Alla, der ist so nubig mit Montagne, Mann. Ja. Das ist echt so nubig, wenn man 3 gegen 3 Montagne nimmt. Passiert halt, wenn man einen kleinen Schwanz hat. Und wenn man sich hinterm Schild verstecken muss, wie ne Pussy. So ist ich net. Ja, das ist aber dann kacke, weil wir dann ungerade sind. Deswegen. Das bedeutet, wir brauchen mindestens 2, ja. Ja, richtig. Hast du, äh, macht keine Ahnung, hast du noch jemanden, der womit springen kann? Jetzt musst du schreiben, Fabi. Na, schmeckt's besser. Warte, warte, warte. User left your channel. User joined your channel. Und damit sind wir auch schon am Ende angelangt. Ich bedanke mich, wie immer, fürs Zuschauen. Das war echt ne coole Runde. Und auch wenn wir uns ein bisschen beleidigt haben, das ist alles cool gemeint. Wir meinen das nicht ernst und so. Oh, das ist halt ne Fotze, was will man da machen, ne? Gut, äh, wie gesagt, lasst ein Like da. Äh, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tü-tü. Verstand. Rück mal, FC, bitte, weil mir klappt das nicht. Da ist ne Aufnahme drin, reicht jetzt nicht? Oh, ja, 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 ja. Oh, oh. Alter, oh, le.